Herr Landeshauptmann Dr. Thüringer, ich verneige mich heute wirklich mit großem Respekt und mit einem großen Danke für einen großen in der Geschichte Oberösterreichs. Ich danke dir für alles und wünsche dir und deiner Familie viel Freude, viel Erfüllung und vor allem viel Gesundheit. Herr Landeshauptmann, Gratulation einmal. Heute ist es endlich offiziell soweit. Bevor wir allerdings zu Ihnen kommen, welcher Politiker hat denn heute die Landesbühne verlassen, beziehungsweise welcher Mensch? Ein ganz großartiger Mensch, Josef Bühringer, hat zwar offiziell die Bühne verlassen, aber ich rechne fest damit, dass er ein Aktivposten in unserer Bürgergesellschaft bleibt. Ich werde auch gern auf seinen Rat dann und wann zurückgreifen. Welche persönliche Anekdote wird Ihnen denn am liebsten in Erinnerung bleiben zwischen Bühringer und Stelzer? Ah, da gibt es ganz, ganz viele. Viele kann man nicht erzählen. Aber das Lustigste ist immer, wenn er auch während des Essens sehr überschwänglich Dinge erzählt hat und dann plötzlich die Krawatte drunter gelitten hat und dann das Theater groß war. Um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Also, dass mehrere diese Sachen nicht erzählen wollen, das habe ich heute auch schon ein paar Mal gehört, dass es nichts zu erzählen gibt. Also das heißt, er ist ein sehr komplexer Mensch eigentlich? Er ist ein komplexer Mensch und man würde gar nicht glauben, welche Witze er zum Beispiel auf Lager hat und die fallen sicher unter die Kategorie nicht kameratauglich. Zu Ihnen, was bedeutet das Amt jetzt für Sie? Wie werden Sie es jetzt angehen? Werden Sie es jetzt voll aggressiv angehen oder werden Sie es eher strategisch zurückhaltender machen? Was für ein Mensch ist der Thomas Stelzer? Also, erstens einmal freue ich mich sehr darüber, aber ich weiß schon auch, dass es eine sehr große Aufgabe ist mit viel Verantwortung. Zurückhaltung ist fehl am Platz. Wir sind sehr gefordert. Nachdem wir ein so starker Produktions- und Industriestandort sind, stehen wir im Wettbewerb mit erfolgreichsten Regionen der Erde. Die schlafen nicht, ganz im Gegenteil, die entwickeln sich rasant nach vorne. Darum kann es auch für uns nur heißen, weiterzugehen. In der Internetinfrastruktur, in der Forschung, im Bildungsbereich. Also, wir brauchen schon wichtige, schnelle Schritte nach vorne, weil wir unbedingt auch diese breite Arbeitsplätze im Land halten wollen, die wir jetzt haben. Wenn in 20, 30 Jahren jemand auf die Ägide Stelzer zurückblickt, was wünschen Sie sich, dass die Menschen sagen werden? Er war ein guter Nachfolger für den Josef Bühringer und er hat in seiner Zeit das Land toll weiterentwickelt, sodass es auch jetzt breiten Wohlstand und viel Lebensqualität gibt. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute dazu und sage vielen Dank. Ihr seid verantwortlich für das schönste Land dieser Welt. Es lebe unser schönes. Vielen Dank.